Ich liebe den Song Boxer. Ich habe ihn live bei der Aldi-Veranstaltung gesungen und er kam super an. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Es liegt vielleicht daran, dass das Lied eine weibliche und eine männliche Energie in sich trägt. Boxer klingt nach Stadion und hat diese Energie. Wie bei einem Football-Spiel. Und dazu läuft We Will Rock You. Es hat etwas von Queen sehr interessant. Ich finde, das ist ein klasse Song. Und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt, um mehr davon zu schreiben. Aber ich bin froh, dass ich zumindest diesen beschrieben habe. Ich wünsche mir mehr Zeit, um mehr zu schreiben, um mehr davon zu schreiben. Aber ich bin froh, dass ich das auch geschrieben habe. Ich bin froh, dass ich nicht mehr die Tür zu klose. Es ist mein Wahl. Ich benutze meine Voice. Wenn ich mir das Album anhöre, dann muss ich wirklich sagen, es drückt genau das aus, was ich fühle. Jede Menge Fröhlichkeit, Zuversicht und Lebensfreude. Das wird ganz deutlich bei Stamina, Before, Nobody Loves Me Better und Red Light. Seit dem Beginn meiner Karriere beschäftige ich mich mit Themen, die mir gerade wichtig sind. Bei meinem Album Resurrection kannst du das zum Beispiel ganz genau hören. Es ist ungemein zerbrechlich mit vielen Balladen. Ich habe einfach all das verarbeitet, was ich gerade gefühlt habe. Demgegenüber hat Evolution sehr viel mehr Zuversicht, Kraft und Stärke nach dem Motto Hey, ich schaffe das. Ich werde es schaffen. In Caught in the Middle erkennen sich bestimmt viele Menschen wieder. Es geht um das Gefühl, wenn sich alles um dich herum aufzulösen scheint. Dein Job, deine Beziehungen und Freundschaften. Dann hast du das Gefühl, in der Mitte gefangen zu sein. Du kannst dich kaum bewegen und bist wie gelähmt. Caught ist ein starkes Wort und es bedeutet genau das, gefangen zu sein. Allerdings bist du am Ende natürlich selbst dafür verantwortlich, dich aus all dem zu befreien. Ich bin wirklich so etwas wie ein Krieger im Kampf mit meiner Gesundheit. Ich hatte diese wunderbare Vergangenheit und dann hat es mich durch die Krebserkrankung völlig rausgehauen. Da war es wirklich schwer zurückzukommen und erst einmal herauszufinden, welche Art von Musik ist denn gerade angesagt. Nach einem Jahr weißt du nicht mehr, was gerade in den sozialen Medien passiert. Sind Twitter und Snapshot noch angesagt oder es bloggen jetzt in? Das ist nicht einfach, hier wieder reinzukommen. Ich mache das schon, es macht auch Spaß, aber ich nutze das, sagen wir mal, Altersgericht. Da ist schon was dran. Je älter, desto weiser, desto besser. Mit vielen Dingen kannst du leichter umgehen. Für uns Frauen bedeutet es aber auch, dass die Schönheit unserer Jugend verblasst. Und das musst du akzeptieren. Ich fühle mich in meiner Haut sehr wohl und solange mein Spiegelbild mir sagt, es reicht noch fürs Frühstücksfernsehen und für Radiointerviews, so lange werde ich es weitermachen. Und am Abend fällt die Maske dann zusammen. Tonight, I will pull it down and a Sharpay will exist. I'll be like, boo, 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 boo.